Eigentlich jammerschade, aber irgendwann mal haben wir sie alle irgendwie in der Schublade. Die Rede ist von alten, gebrauchten, kaputten Batteriezellen. Das hier ist meine tief entladende Powerbank, die hatte ich jetzt dreieinhalb Jahre im Regal. Und jetzt, wo ich sie mal gebraucht habe, da hat sie leider schlapp gemacht. Ich kann sie leider nicht mehr aufladen. Wir sprechen heute über die Tiefentladung von Lithium-Ion-Batterien. Wir fragen uns, was da genau chemisch gesehen zwischen Anode und Kathode so passiert. Und das vor allem, wenn eine Batterie länger ungenutzt im Regal liegt. Und dann checken wir auch mal, ob das mit der Tiefentladung von Batterien auch fürs E-Auto gilt. Weil das kann ja auch mal längere Zeit in der Garage parken, ohne benutzt zu werden. Kleiner Spoiler, am Ende kommen diese tief entladenen E-Auto-Batterien deutlich weniger häufig in der Realität vor, als dass so manche Skeptiker sich vielleicht herbeisehen würden. Ja, liebe Hörerinnen, der Grund, warum wir uns heute hier mit dem Thema Tiefentladung von Batterien auseinandersetzen, das ist eine E-Mail von Hörer Matthias Thiede. Der schreibt nämlich, meine neue E-Bike-Batterie ging nach nur 24 Monaten Benutzung kaputt, ist im letzten Winter komplett tief entladen und sogar angeschwollen. Gibt es ein chemisches Reset-Verfahren oder ähnliches, um die Strukturschäden innerhalb der Batterie doch noch rückgängig zu machen? Ja, vielen Dank, Herr Thiede. Auch wenn wir hier kein Batterie-Do-it-yourself-Kanal sind, da versuchen wir trotzdem mal, Herr Thiede, uns Ihrer Frage zu nähern. Und am Ende, da gibt es auch noch eine Antwort von einem unserer Batterieforscher. Wann bezeichnet man denn jetzt genau eine Batteriezelle als Tiefentladen? Auf den ersten Blick, da könnte man ja, wie bei meiner Powerbank, könnte das ja sehr ähnlich aussehen zu einem Zustand sehr starker Entladung, aber eben noch nicht der kompletten 0 Volt. Hier verrät natürlich ein Spannungsmesser oft mehr. Unter Tiefentladung einer Batteriezelle, da versteht man den Zustand nach Stromentnahme bis zur vollständigen Erschöpfung der Kapazität oder bis unter eine bestimmte Entladeschlussspannung. Bei Lithium-Ionen-Akkus bewegt sich das zum Beispiel zwischen 2,0 Volt, also zum Beispiel Lithium-Eisenphosphat, 2,0 Volt und 3,3 Volt. Das wäre jetzt ein Lithium-Polymer-Akku. Bei anderen Zellchemien, da kann das sogar noch mal deutlich weniger sein. Zum Beispiel bei Nickel-Metallhydrid-Zellen ist das nur 1 Volt und bei Nickel-Cadmium-Zellen, da ist es tatsächlich nur 0,85 Volt. Also, wenn Akku-Zellen deutlich weniger als die definierte Entladeschlussspannung aufweisen, dann sind sie per Definition tief entladen. Jetzt ist es auch kein Geheimnis, dass unterschiedliche Batteriezellchemien sehr unterschiedlich zu Tiefentladung neigen. Einige tun das sehr, sehr leicht, wie zum Beispiel NMC-Zellen, also Nickel-Mangan-Kobalt. Die stecken zum Beispiel in unseren Smartphones oder in unseren Laptops drin. Andere kommen damit besser zurecht, wie zum Beispiel Lithium-Eisenphosphat-Zellen. Das sind die Batterien oder die Zellen, die in stationären Speichern oder auch in den ersten E-Autos stecken. Und an einigen Lithium-Ion-Zellen, da gehen diese internen Zellschäden, die wir gleich noch mal beäugen, offenbar fast spurlos vorbei. Und da müssen wir mal ganz kurz über Lithium-Titanat-Zellen sprechen. Die gelten als deutlich toleranter gegenüber Tiefentladung, Überladung und extremen Temperaturen. Da gibt es zum Beispiel eine Studie im Jahr 2022. Da zeigen die Forscher, dass LTO-Zellen oder LTO-basierte Zellen erstaunlich wenig Kapazitätsverlust nach Tiefentladung zeigen. Und in dieser Studie, da haben die Forscher 84 Tage lang diese Zellen immer wieder auf 0 Volt Tiefentladung und dann wieder geladen. Und am Ende kamen tatsächlich minimalste Leistungsveränderungen raus. Und das deutet ja schon darauf hin, dass LTO-Zellen Tiefentladung gegenüber anderen Lithium-Ionen-Batterien deutlich besser vertragen. Dann schauen wir jetzt mal ganz plakativ auf eine NMC-Zelle und darauf, was genau in dieser Zelle passiert, wenn sie Tiefentladen wird. An der Anode, da bewegen sich jetzt nahezu alle Lithium-Ionen aus diesem Graphit-Minuspol heraus. Und das führt unter Umständen schon zu den ersten, ja, echten strukturellen Destabilisierungen dieses Aktivmaterials. Und eine echt spannende Reaktion, die betrifft den Kupferableiter. Der kann nämlich plötzlich bei diesen besonders tiefen Spannungen sich im Elektrolyt auflösen. Also der Kupferstromabnehmer, der beginnt langsam zu korrodieren und die Kupfer-Ionen, die treten tatsächlich in den Elektrolyt. Das allerdings passiert nur, wenn zwei Zellen in Reihe geschaltet sind, muss man dazu sagen. Aber dieses Kupfer, das wird ja insbesondere dann problematisch, wenn man die Zelle dann wieder aufladen will und sich das Kupfer an verschiedenen Stellen der Zelle tatsächlich abgeschieden hat, unter anderem in der Kathode. Und auch da können dann Dendriten entstehen und ihrerseits interne Kurzschlüsse verursachen. Ja, und wenn wir über den Elektrolyt sprechen, dann wissen die geübten Podcast-Hörer hier im Geladen-Podcast, die typischen Elektrolyte in Lithium-Ionen-Batterien, die enthalten typischerweise auch organische Karbonate. Und auch diese erzeugen bei den tiefen Spannungen dann eben auch unerwünschte Reaktionsprodukte. Also nochmal zusammengefasst, bei zunehmender Tiefentladung von Lithium-Ionen-Batterien, da können, nicht müssen, aber da können irreversible Schäden und Strukturänderungen an den Elektroden und am Elektrolyt geschehen. Ja, und das geht natürlich einher mit der Kapazität und der Leistung, die dann verringert werden, mit einer Erhöhung des Innenwiderstandes und damit natürlich einer Verkürzung der Lebensdauer der Batterie. Vielleicht das hier schon mal vorab. Offenbar kommt es dabei gar nicht unbedingt auf die Anzahl dieser Tiefentladung an, sondern schlichtweg auf die Dauer dieser Tiefentladung. Heißt also auch, dass ich wahrscheinlich ziemlich schlecht dastehe mit meiner tiefentladenden Powerbank. Ja, was sind denn jetzt die Ursachen von Tiefentladungen? In der Batterieforschung und in Veröffentlichungen, da findet man eine ganze Menge dazu. Das teilt sich so auf in drei Teilbereiche. Einmal die Nutzung der Batterie, die Temperatur und das Batteriemanagement-System. Klar, wenn eine Batterie über längere Zeit ungenutzt bleibt und die nicht regelmäßig aufgeladen oder entladen wird, dann kann es zu einer Tiefentladung kommen. Über defekte Batteriemanagement-Systeme, da haben wir gerade im Podcast hier mit Kai-Philip Kairis von Acure gesprochen. Wenn das Batteriemanagement-System zum Beispiel komplett ausfällt oder eine Fehlfunktion hat, ja, da könnte es sein, dass die Batterie nicht richtig überwacht wird. Und das wiederum kann auch dazu führen, dass Batterien tiefentladen werden. Aber dafür gibt es ja dieses Unternehmen Acure mit Kai-Philip Kairis. Da kann ich nur diesen Podcast nochmal empfehlen und unter dieser Episode nochmal verlinken. Ja, auch extrem tiefe Temperaturen, die gehören offenbar zu Gründen von Tiefentladungen. Eine sehr kalte Umgebung kann die Leistung einer Batterie tatsächlich sehr signifikant beeinträchtigen und damit die Entladungsrate erhöhen. Und das wiederum kann in einigen extremen Fällen eben zu Tiefentladungen führen. Ja, und neben diesen drei Gründen, da sind online natürlich noch zahlreiche weitere Gründe zu finden. Die Batterie kann natürlich als solches schon überaltert sein. Vielleicht sind die Zellen degradiert oder vielleicht schon mal tiefentladen gewesen. Vielleicht ist das Ladegerät nicht passend für den Akku. Vielleicht kommt es auch zu einer passiven Stromentnahme. Kriechströme sind, glaube ich, da immer sehr, sehr populär in den Foren. Oder ein Verbraucher wird bei Unterschreiten der Entladeschlussspannung vielleicht gar nicht abgeschaltet und führt dann zwangsläufig dazu, dass der Akku immer weiter sich entlädt, bis er irgendwann tiefentladen ist. Ja, und passend zu dieser doch sehr breiten Aufzählung von Gründen für Tiefentladungen, da haben wir eine E-Mail bekommen von Lukas Händel, tatsächlich schon vor eineinhalb Jahren, am 4. Februar 23. Der schreibt, wenn ihr die Tiefentladung von Lithium-Ionen-Batterien mal thematisiert, dann unterstreicht doch bitte die rasante Entwicklung bei Batteriemanagementsystemen. Es ist unglaublich, was die Dinger mittlerweile können. Die sorgen nicht nur für rechtzeitige Abschaltautomatiken und Notreserven, sondern stellen über sehr coole Features sicher, dass qualitative Batteriezellen fast gar nicht mehr tiefentladen. Bei mir hat das E-Auto sogar eine Warnung in Klammern bezüglich Tiefentladung angezeigt und mir gleichzeitig automatisiert als Nachricht zugesandt. Ja, super interessant. Das war uns jetzt tatsächlich so nicht bewusst, dass die Batteriemanagementsysteme und die E-Autos das schon können. Liebe Hörerinnen und Hörer, schreiben Sie uns mal gerne in die Kommentare, was Ihre Erfahrungen so sind mit Tiefentladung, vielleicht mit diesen Warnungen, die E-Autos jetzt schon aussprechen, vielleicht auch von diesen einfachen Geräten. Meine Powerbank hat das tatsächlich nie gemacht, aber wie auch, die hat kein Display. Ja, und damit sind wir wahrscheinlich bei der Frage aller Fragen für diesen Podcast. Wie wahrscheinlich ist es eigentlich, dass meine E-Auto-Batterie auch mal tiefentlädt? Schauen wir uns dazu einfach mal die Statements der Fahrzeughersteller an. Da gibt es meist so Nutzungstipps, wie E-Fahrzeuge regelmäßig aufgeladen werden sollten und wie lange sie vor allem nicht ungenutzt bleiben sollten. Beim ADAC ist zu lesen, viele Hersteller betrachten diese Situation der Tiefentladung im Einzelfall und wieder andere Hersteller, allen voran der VW-Konzern, der sagt, dass Tiefentladung bei ihren Fahrzeugen konstruktiv ausgeschlossen sei. BMW schreibt hier zum Beispiel, steht ein Elektrofahrzeug längere Zeit ohne bewegt zu werden, gibt es ein paar Kleinigkeiten zu beachten, damit der Akku sie unbeschadet übersteht. Wird das E-Auto über mehrere Tage nicht genutzt, ist ein trockener, geschützter Stellplatz und eine mittlere Akkuladung optimal. Bleibt der Stromer gar für mehrere Monate unbewegt, ist ein Ladezustand von 60% ideal. Dieser sollte alle 8-10 Wochen überprüft und bei Bedarf nachgeladen werden. Also kurzum, im Alltag dürfte die Tiefentladung von Elektroautobatterien wohl kaum eine Rolle spielen, wobei ich schon sagen muss, ich habe schon einige Meldungen darüber gelesen, dass vereinzelt Elektroautos eben tiefentladen an Raststätten beispielsweise stehen bleiben und dann das Geschrei groß ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, schreiben Sie gerne mal Ihre Gedanken in die Kommentare. Ist Ihnen das auch schon mal irgendwie untergekommen? Haben Sie darüber schon mal was gelesen, dass ein Elektroauto irgendwie tief entlädt, wenn man das über mehrere Monate oder gar Jahre irgendwie stehen lässt? So, und jetzt sind wir ja auch unserem Hörer Matthias Thiede noch eine Antwort schuldig. Der hat sich ja gefragt, ob es für seine angeschwollene E-Bike-Batterie eine Art chemischen Reset gibt. An dieser Stelle spiele ich Ihnen mal kurz einen Ausschnitt aus unserem englischsprachigen Podcast mit David Howey, einem britischen Batterieforscher, ein. Dem habe ich nämlich genau die Frage von Matthias weitergeleitet. Gibt es einen chemischen Reset, ein Reset-Verfahren, um die Strukturschäden innerhalb einer Batterie irgendwie doch rückgängig zu machen? Also, ich glaube, dass es da keinen Weg gibt, die Batterie zu rebooten. Sorry, auch ich muss meine Batterie wegschmeißen. Mit den alten Bleisäure-Batterien, ja, da konnte man ein paar Dinge machen, um die Batterie zu verbessern, aber für Lithium-Ionen-Batterien nicht wirklich. Man kann das ganze Ding auseinanderbauen, die Elektroden rausnehmen, neuen Elektrolyt reinfüllen, aber das macht ja wahrscheinlich eh keiner. Ja, wer die gesamte Battery-Generation-Podcast-Episode mit Dr. Howey nochmal hören möchte, die haben wir auch unter diesem Podcast nochmal verlinkt. Obwohl die irreversiblen Schäden, die in Lithium-Ionen-Zellen auftreten, tatsächlich sehr signifikant sind, kann es eben doch sein, dass einige Batterien noch zu retten sind, weil im Einzelfall es tatsächlich dazu kommen kann, dass diese Schäden gar nicht so umfangreich auftreten, obwohl per se diese Zellen tief entladen sind. Und damit geht mal ein ganz großer Dank an all die DIY-Batterie-YouTube-Kanäle raus, denen wir folgen, die aber auch uns folgen. Vielen, vielen Dank, was Sie da so leisten. Das beeindruckt ganz, ganz viele Menschen, wenn sie Probleme haben mit ihren Batteriezellen. Da geht es zum Beispiel um Schutzschalter von Batterie-Management-Systemen, die man wieder umstellen muss. Da geht es um schonendes Wiederaufladen nach einer erfolgten Tiefentladung. Ja, ganz, ganz toll, was da so geleistet wird. Bei mir hat leider diese Reaktivierung meiner Powerbank nicht geklappt. Aber ich muss auch dazu sagen, diese Powerbank, die hat tatsächlich dreieinhalb Jahre geschlafen und ich bin jetzt auch nicht so handwerklich begabt, tatsächlich die letzten Tricks dort anzuwenden. Wer aber sehr begabt ist, ist der Akku-Doktor Andreas Schmitz. Der hat nämlich vor drei Jahren mal ein Batterie-Paper zitiert, in dem die Autoren mehrere Wochen Lithium-Rundzellen immer wieder tief entladen und danach wieder aufgeladen haben. So vier bis fünf Mal. Ähnlich wie die Forscher das bei der Lithium-Titanat-Zelle gemacht haben. Das Fazit von Andreas Schmitz war damals, dass die Daten bezüglich Degradation, also wie stark man in eine degradierte, tief entladene Zelle reingucken kann, tatsächlich bestens messbar sind bezüglich Kapazität und Innenwiderstand. Ein weiterer Punkt war, dass die Lithium-Ion-Zellen definitiv nicht nach einer Tiefentladung tot sind. Ganz im Gegenteil. Da geht es eher um die Dauer dieser Tiefentladung, die sehr entscheidend ist, ob man die Zelle wieder reaktivieren kann. Und schließlich hat er noch einen ganz, ganz wichtigen Tipp an diese DIY-Batterie-Künstler gegeben. Es wäre unglaublich wichtig, nach Reaktivierung der tief entladenen Lithium-Zelle, dann tatsächlich nochmal eine Woche oder vielleicht einen Monat danach noch einmal nachzumessen. Weil wenn sie dann nochmal tief entlädt, die Zelle, dann könnte es tatsächlich gefährlich werden. So, und das war es auch schon mit dieser Episode über Tiefentladung von Lithium-Ionen-Batterien. Vielen Dank fürs Zuhören. Schreiben Sie uns gerne mal Ihre Erfahrungen in die Kommentare. Haben Sie Ihre Batteriegeräte schon mal reaktiviert nach einer Tiefentladung? Haben Sie die wieder fit bekommen? Und wenn ja, wie haben Sie es genau gemacht? Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schreiben Sie das, wenn Sie nicht auf YouTube sehen, dann ist das, was die Fronten der iPhone von der iPhone ist, weil die Batterie geöffnet wurde, weil es in die Batterie geöffnet wurde. Das ist ein bisschen worrischen, aber ich muss wahrscheinlich nicht mehr von es. Aber was hat sich da, ist es eine Decomposition von der Batterie, die hat einen Gas generiert und hat die ganze Sache verankommen. Das Gas ist wahrscheinlich comprised of andere Dinge. Es ist wahrscheinlich ein paar Karten in da. But yeah, that's what can happen when you deep discharge or leave the battery at very low voltage and the voltage starts to go below the voltage where we essentially start to dissolve the current collectors. So we have aluminium and copper in there. And if I remember correctly, I think it's the copper that dissolves at lower voltage. And so that starts to cause bits of copper to like float around in the electrolyte and then it can start to cause degradation of the electrolyte and we can have what you saw here. I don't think there is a way to reboot the battery. Sorry. I think if this has happened, certainly this one here, I just need to get rid of it. In lead acid batteries, the old fashioned ones, there are some like remedial things that you can do to improve an old battery. But for lithium-ion, not really. You could take the whole thing apart, clean the electrodes, put new electrolyte in and then it would probably be OK. But that's not something anyone's going to do.